Moin Frau und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bolias Wäscht meine Eier mit Bolias Herr Lüchlin Juhu! Freu mich schon! Du hund, es ist warm! Das ist viel zu warm! Komm her, hier, was steht gleich deine Eier! Batz! Alter, fein, schön mit Paintball, Junge, das ist doch ein recht geiles Gefühl einfach! Ja, liebe Leute, wir, äh... Alter, dieses Riech raste aus! Wir hatten letzte Woche Pause, weil dieser miese Mann, der schon wieder sonst wo rumrennt, einfach in Bayern unterwegs war, um da Schindluder zu treiben. Ja, auf jeden Fall! Und, ja, wir wollen jetzt zur Cooper-Hütte, zur Red-Tail-Hütte und nebenbei da oben zu diesem Stern, bloß schon... Ich muss in den Bergen und, äh, alles kaputt machen. Guck mal den Bär, Alter! Was ist der Bär? Ja, ich hatte hier im Hintergrund gerade einen Bär da drüben und der ist einfach im Kreis gelaufen, als es explodiert ist. So, wuh, 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 wuh! Du hast gesagt, hier, da ist eine Quest noch und du hast ein Flugzeug gesehen? Ich habe ein Flugzeug gesehen, also auf der Karte, aber... Ja, irgendwo hier, dann können wir hier die Quest noch mitnehmen, Alter! Wow! Achso, hä? Was macht ihr denn hier? Ein Wolf! Okay, gut. Tschüss! Ey, ich habe gerade, ich werde mir das Replay selber angucken, ich habe gerade drei Milliarden prozentig auf den Typen hier geschossen... Und irgendwie ist er vorweg dabei! Toll! Und warum befreien wir hier ein ganzes Hotel und dahinter werden Zivilisten gefangen genommen, Digga, was ist da eigentlich schon wieder los für Scheiße? Ach, Mann, gut. Gut, dass wir uns mit dem Flugzeug, äh, abheben können. So, ach schön, endlich wieder Far Cry, es ist diese Bergluft, sie ist einfach klasse bei 32 Grad. So, einmal ins Wasser, Bats, Alter, geil! Jawohl! Ins kühle, nass! Oh, was heißt das hier drunter, also hier wächst schon was unterm Flugzeug so lang so... So möchtest du, oder soll ich? Ich weiß nicht, wer zuerst sitzt, so ich, okay. So, oh, das war doch so ein bisschen anders hier, ne? Nein, 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 einfach, einfach, einfach machen. Alles klar, dann würde ich sagen, äh, Attacke! Attacke! So, let's go! Kann das schießen? Nein, na dann. Das Boot? Das fährt einfach vor uns? Wow, 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 wir werden so drauf gehen, da. Huh! Jawoll! So. Ah, easy, Digga, easy. Kann dieses schöne Wasserflugzeug auch an Land landen, oder? Ich finde, sowas sollten wir mal austesten. Ich finde, das muss dringend probiert werden. Hahaha! Kannst doch so gut landen. Kannst doch so gut landen. Ja, klasse Landung, Hashtag, Hashtag. So, oh, okay. Ich glaub, das war hier, genau unter uns ist das jetzt. Genau. Direktlandung, Digga! Hahaha! Oh Gott! Ich dreh noch mal. Äh, 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 äh. Ja, die Bäume fangen uns auf. Hier, guck mal, hier, genau, jetzt. Ja, 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 ja! Perfekt! Hahaha! Ah, fast! Hahaha! Wo waren Bremsen, ey? Es ist so ein wehes Ding. Naja. C war da, glaub ich. C, ne? C? Ja. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Partner wurde entdeckt, schön, Digga, schön. Ja. Oh, das klappt jetzt, 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 jetzt! Achtung! Ah! Junge! Easy, Digga! Sehr cool. Sehr klasse Landung. Schön. So greift er uns an, ne? Alles cool. Sicher? Habe ich nicht meinen Granatwerfer irgendwo. Ja, der ist, Digga. Guck mal, wie der wieder jetzt hoch und runtersteigt hat, aber die Gefahr riecht. Junge, er muss mal stehen bleiben. Aua, aua, aua! Alter, wieso ist denn der so schnell? Den krieg ich niemals. Just a prank. Nein, sie fliegt drüber! Ich raste auf! Alter, wo ist er hin? Da ist er genau vor uns! Scheiße! Wo ist mein Kack-Man-MG, Alter? Was macht der denn? Wieso kann der so schnell mit dem Heli agieren, Alter? Ich raste auf! Weg mit dir jetzt! Ich muss mal ein bisschen Medipack nehmen, Alter. Hast du ihn erwischt? Jo! Uh! Raste auf! Sehr gut! Wo ist er hin? Da! Da rollt er! Einfach meine fucking Bombe-dotscht, Junge! So ein Hund! Die haben's schon drauf, langsam! Irgendwo war er! Aber ich seh's jetzt grad nicht! Hinter uns! Da! Der ist so hinter uns! Diese miese Sauerhunde! Die verstecken! Ja, das sind alle die Leute, die in den Bergen wohnen, ey! Bo's Höhle! Ach, ich lebe an! Er ist Bo, oder? Bo! Bo! Bo Adams! Geil! Hallöchen! Hallo! Er ist ja chillig! Der Cowboy-Hut! Ich seh dir sofort an, dass du kein Peggy bist! Sonst würde ich einen ganz anderen Ton anschlagen! Uha! Gut, dass du auf unserer Seite bist! Nenn mich Bo! Ich lebe von dem, was das Land mir gibt! So lange ich denken kann! Ich habe im Lauf der Jahre viel Scheiße gesehen! Vertrechen Korruption und Wahnsinn! Ich dachte Bärenkacke! Hat mich aber nicht verändert! Ist nur eine andere Art des Überlebens! Nichts ist mächtiger als Mutter Natur! Aber man schlägt sie nicht! Man arbeitet mit ihr zusammen! In Zeiten wie diesen ist es nicht klug darauf zu bauen, dass Technologie dir den Arsch rettet! Ich sehe die Skepsis in deinem Blick! Ich sag dir was! Besorg mir ein paar Adlerfedern und ein paar große alte Leviatanknochen und ich sage dir was! Was?! Mh! Mh! Was?! Das Knapperknochen ist ja schon abgefuckt! Aber Leviatanknochen, Digga? Was?! Solche Echsenkacke oder sowas, ne? Oder hier drinnen? Ja, aber Leviathan, das ist doch so ein riesen, super, ultra Vieh wie aus Harry Potter oder nicht? Uh! Guck mal hier! Das war der Basilisk! Das war ein Basilisk! Ja genau! Diese Schlangenkacke! Ja, gute Arbeit hier draußen! Hallo! Oh, schön! Leviatane ist doch eher so zum Drachen hin, oder nicht? Leviatane? Weil ich verbinde damit was ziemlich groß ist, so wie diese Super-Nager-Viecher, sowas so wie, keine Ahnung! Ja, von mir aus! Ja, ne? Bisschen, bisschen WoW hier drin! Mieses Schwein! So, aber das ist ja so ein scheiß Sammel-Quest dann, ne? Ja, das ist, äh, das ist, äh, ich hab grad Katzenhaar im Mund, weil der Hilfschwert ist gar nicht cool! Oder Flugzeugstirber? Nehmen wir wieder Flugzeug, ja? Ja, willst du es machen? Oh, oh, ja, gerne! Easy! Jawoll! Easy! Wir sind nämlich lange nicht mehr gestorben! Danke! Ey, ist jetzt hinten! Naja... Toll! Weil du wieder zu früh gedrückt hast! Ne, ich hab gewartet, bis du dich bewegt hast! Du willst einfach nicht sterben! Miese Sau! Naja, das würde ich so nicht sagen! Zieh hoch, dat Ding! Jaaa! Easy! Oh, Alter! Schönen Starthilfe! Die Gönnung! Ähm, gute Frage wäre jetzt natürlich, sind die scheiß Hütten bewacht oder nicht? Ja, wir können ja ein bisschen weiter abseits, oder? Direkt mit nem Wingshut drunter! Ja! Wir wollen doch nicht nach einer Woche Pause direkt eskalieren! Darum werde ich ganz gepflegt sauber landen! Hm... Oh! 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 Ja! Jawohl! Ja... Ja! Ja! Ja, da! Ja! Noch mal ne Grolle vorm Landen. Easy. Alter, hier ist Blizz. Ja, das geht hier. Scheiß Blizz, Alter. Ich kass' aus. Da müssen wir hin. Alter, es sind doch 500 Meter. Wieso hältst du hier? Ja, die Rolle hat uns ein bisschen... keine Ahnung. Oh, wir sind aber weit gekommen. Alter. Scheiße. Guck mal, das sind nur 200 Meter. So. Ach so, ja, der rechte Punkt. Aber der andere... Ja, 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 ja. Alles hier Hand und Fuß. Es war dieselbe Rolle. Ich kann's noch. Der Chef erkannt's einfach noch, Junge. Mr. Rowell. Also, er ist am Anfang. Das war, glaube ich, nicht eine perfekte Rolle. Das war alles durcheinander, aber... Ja, es war völlig geisteskrank. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. So, es liegen aber wieder ein bisschen... Ne, wir müssen erst mal gucken, ob da wer ist. Oder auch nicht. Letztes Mal haben wir ja, glaube ich, irgendwas aktiviert. Und dann sind die erst gekommen. Oh, irgendjemand hat nicht schon den Blick gehabt. Echt? Okay. Also, die Strömung! Da steht einer. Da steht einer. Die miese Sau. Tatsache. Oh, ja, okay. Den nehm' ich. Oh, mach schnell, der sieht uns. Sehr gut. Easy. Ehre, Ehre. Okay, das war einer. Da ist noch einer. Habe ich. Oh, schön. Irgendwas macht hier sehr komische Geräusche auf jeden Fall. Oh, jetzt noch einer. Aber leise, Digon. Leise. Scheiße, leise ist vorbei. Ich hab das mitgekriegt. Er hat meinen verfickten Stein überlebt, aber... Du hast dir wieder einen Stein gegen Kopf gespielt. Ja, ich hab ihm Stein in die Fresse geballert und der hat einfach überlebt, man... Das geht gar nicht. Verdammter Übermensch. So, da ist noch einer. Okay, da vorne noch einer. Zwei unten habe ich. Ne. Ups. Wir haben noch Mucke. Ich seh' keinen. Heftige Mucke. Vielleicht im Haus. Heftige Mucke. Wär geil, wenn hier jetzt einer noch sitzt. Oh, ich glaub' hier lebt keiner mehr. Sicher? Alter, wie viele Einschusslöcher sind denn hier? Ach du Scheiße. Oh, ein Ventilator. Äh, äh, geil. Ist wie bei mir zu Hause. Hä? Ja, Mann. Das Notverlager hat einen Sender der Interferenten in deinem Funk direkt als Zeug, wenn du ihn so nah hast. Es wird wahrscheinlich irgendwo vergraben. Würde ich auch nicht in der Hütte lassen. Ich würde das in der Hütte lassen. So, erstes. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist Parfüm? Was? Parfüm? Parfüm? Oh, ja. Hat er gut schämen. Ich hab's angeblich voll. Vielleicht wieder für irgendeine Granate oder sowas. Ja, also wir brauchen was unterirdisches. Oh, wir wollen natürlich erstmal looten und leveln. Das muss drin sein in einem Spiel. Also unterirdisch? Dann würde ich glaube ich nach oben gehen. Oder wir zwängen uns durchs Toilettenrohr. Geil. Ich glaube wir müssen hier runter. Kage, Urfwurzunge. Er meinte irgendwo, ja da an dem Scheiß, äh, klein Kabuff. Hallo. Oh, ich wurde schon da hingelegt, ne? Hier schön aufgelöst. Hier ist ein Zettel. Ein Zettel. Dann haben wir Cooperhütte. In Notfällen verfügt die Cooperhütte über einen nageligen Sturmbunker. Ah, klettert einfach runter und schließt die Luke, bleibt im Bunker bis die Krisensituation vorbei ist. Das klingt sehr gut, das ist Krisenmanagement 2018. Einfach im Bunker gehen, warten bis es vorbei ist. Aber wo ist die, also in der Hütte runterklettern oder was? In der, sie sagten, in der Nähe, hier vielleicht? Da, links, ja. Das sieht gut aus. Ah, hier ist keine Luke zum Schließen. Aber hier ist es. Haha. Nice. Hallo. Oh, schönes MG, Alter. Cool. Ja. Oh, guck mal hier die ganzen Erdbeeren schön eingelegt. Es könnte alles sein, es könnte auch Nieren sein oder so. Rode Bede. Rode Bede. Rode Bede. Oh ja. Echt? Ja, das geht gut ab. Im Salat. Ne, einfach so neben reinbeißen. Ja, genau. So, äh, noch 200 Meter zum nächsten. Ja, geil, Alter. Gehen wir zu Fuß, oder? Let's go, klar. Machen wir wieder Sneaky Peaky, Alter. Das war toll. Oh, ein Bär von uns. Einfach, einfach easy game, Junge. Der Bär! Scheiße. Ja, das passiert, wenn man zu mir sagt Sneaky Peaky und dann mit so einem Kackdinger losher. So, das ist leise getuned. Mhm. Na ja, dann los. Haha. Haha. Sehr gut. Ja, 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 ja. Dose werfen, jawoll. Krawall und Remi, Demi. Oh, 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 oh. Alter, ich hab Vorfahrt, du Dreck, saue Junge. Ja, die haben wir eingebaut, extra. Oh, eine Park. Nein. Hehehe. 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 Scheiße. Eine Seckenpatrouille ist auf dem Weg. Was? Jawoll. Kommen in die Gänge? Warum? Ah fuck, ich hab keinen, ich hab keinen Granatenwerfer mehr. Das ist Reude. Ich mag meinen Granatenwerfer. Hier ist gar keiner. Nein. Oh, vor uns. Oh, vor uns. Guckt jetzt mal die roten Punkte auf der Karte oben an. Oh, shit. Oh, der war doch schon geballert. Hallo. Hallo. Interagieren. Hier ist ein Bunker. Okay. Ich seh gar keinen. Hinter uns ist was. Was denn das? Und stinkt ihr? Nein. Lauf, stinkt ihr. Lauf. Was? Wo? 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 Wo sie herkommen. Sie waren auf einmal fucking da. Hallo. Hallo. Ist das da was? Guten Tag. Hier. Ja, hundertprozentig sogar hier. Ich will interagieren. Hallo. Okay. Tschüss. So, ich gehe natürlich ins Dunkel runter. Wenn ich da jetzt eine Granate reinwerfe, ist das schlecht für dich? Nö, hier ist genug Platz. Das ist gut. Oh ja, hier ist der mega. Ich hab's aufgenommen. Aber ich dachte, jetzt kommt irgendein Sound wieder oder so. Ah. Ja, kaufst du erst mal anstehendes Mikro hier, bevor du so ein Junge, 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 Junge. Immer diese Lecks bei den Leuten. Oder? Nein. Niemals nie. Ich würde gern hier noch ein bisschen gucken. Wo ist denn das? Ach, da hinten wieder so weit weg, Alter. Ich brauch mal Raketenwerfer. Mehrere. Ohne Munition. Ich brauch's ja einfach. Die hätten wir bestimmt bei den Hirschen gefunden, die da rumlagen. Stimmt. Alter, hier ist kein Klopapier mehr. Die hatten recht, die Apokalypse kommt, Alter. Ja, ohne Klopapier geht das auch nicht, Alter. Haha, sie haben kein Klopapier mehr. So, da hinten 600 Meter. Boah, wir müssen doch Quatsch fahren. Das nimmt's ja nichts, Alter. Haben wir nicht irgendwas anderes Cooles? Das nimmt's ja nichts. Ein Boot oder sowas? Kann sein. Tschüss. Ah. Ey. Du weißt, dass das doch kaputt gehen kann. Hahaha. So, auf sie. Ah, Bäume. Hahaha. Hahaha. Was passiert? Wir fliegen bei mir. Wir fliegen. Das war's nicht damit. Ich flie- Hahaha. Boah, wie geil. Es sah wieder so gut aus. Was dann? Wir lagen auf den rechten Knien und sind über den Rasen geflogen. Oh, das klingt sehr gut. Autsch. Autsch. Ja. Ja, das war der erste Baum jetzt, Alter. Auf 200 Meter, also. Digga, bei mir bist du überall entgegen gefahren. Was? Oh, ein Wolfshirte. Ein Wolfshirte. Hurz. Hilfe hier unten. Oh, shit. Alter, was? Alter, Digga. Kein Ding. In der L hätte ich jetzt gekotzt. Ja. Gut, oder? Es explodiert bestimmt gleich wieder. Wir sollten absteigen. Hahaha. Oh. Ja. So weit, so gut. Also, ich will wieder fahren. Ich fahre gerne. Weißt du doch. Was? Ja, das war mir ein bisschen zu krank. Hahaha. Das war nicht krank. War immer so. Was? Ja, okay. Du guckst es dir an bei mir. Das war echt nicht. Weiß ich nicht. Das war nicht. Oh, hier. Der hat zwei Raketenwerfer. Guck mal. Wenn der nicht aussieht, oder sie nicht aussieht, dann hat sie Raketenwerfer-Muni, während du da oben schon wieder fein ist, Alter. Sag mal. Ja, ich habe hier so ein Vieh kaputt schießen wollen und es stirbt einfach nicht. Stark. Es labert ziemlich voll. Ich wollte nur Raketenwerfer-Muni kaufen. Und jemand, der in einer Wildnis random Hirsch ausweitet, der hat doch safe Raketenwerfer-Munition. Immer. Tatsächlich. Geil. 600. Ja, easy game für mich, Alter. Ich bin such a rich kid. Easy, Junge. Sie soll nicht so viel quatschen, wir müssen weiter. Ja, vor allem, sie soll wirklich mal die Fische nicht verjagen da an ihrem eigenen Teich, Alter. Sie hat gar keine Ahnung, Junge. Ich finde, wir sollen so ein paar Dynamit-Stangen reinpacken. Geh schneller. Bei Simpsons so eine elektrische Weckenfalle. Richtig nice. So. Wir sind oben on the mountain, Freunde. On top of the world. Absolut geil. Machst du das? Okay. Nee. Was denn? Was? Alter. Die müssen hier Gleitschirmen auf jeden Fall. Die fahren mit unserem Kram weg. Die fahren mit unserem Kram weg. Was? Wo fahren sie lang? Oh, Schiff, wir kommen. Let's go. Gleitschirmen. Wo ist Gleitschirm? Ich kann die nicht öffnen. Ja, passt. Leit, passt. Ey, ich kann nicht, ich... Ja. Mieserhutten. Geil. Sehr gut. Oh, shit, hier stehen sie schon. Ja, ich hab einen Toten. Einer ist tot. Ach, da steht doch, oder was? Oh, das ist ein Elite-Päckischwein. Und er ist tot. Okay. Das... Wieso sterben die nicht? Also noch mal. Ich treffe ihn und er stirbt nicht. So. Haben wir's? Ja, der hatte ein Lager gestöhner Waffen dabei. Krass, Alter. Ganzes Lager. Er hatte es in seinem Arsch. Er hatte es in seinem Arsch. Bei den Peggys alles erdeenbar. Schön. Einfach nur wunderschön gut. Das war bis jetzt die einfachste Mission von allen. Das war jetzt relativ insgesamt, glaube ich. Also, keine Ahnung. Das war unfassbar leicht. Das kann doch nicht zu Ende sein. Doch. Das war es. Das war Far Cry 5. Das war die letzte Mission. Oh. Hallo. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ein R-Roller. Sehr gut. Liebe Leute, mit diesem geilen Ausblick verabschieden wir uns in den nächsten Part. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Macht's gut.